einige mitstreiter sind schon eingetroffene der platz ist auch schon gut gefüllt da hinten das könnt ihr jetzt gar nicht richtig sehen da steht hinter den tanks stehen auch noch autos ist alles gut gefüllt hier schon und da sind noch nicht mal alle da jedenfalls sind wir jetzt kurz vorm ziel und die aktion soll dann gleich starten sobald alle organisatoren anwesend sind